Entschuldigung, 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 Entschuldigung bitte, es tut mir echt, echt leid. Andererseits, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte mich beim nächsten Mal, ich würde mich beim nächsten Mal genauso wieder entscheiden. Ich würde wieder, wieder das, genau das auf die gleiche Weise mich verhalten und würde danach wieder vor euch stehen oder niederknien und sagen, tut mir leid, Entschuldigung. Ein oder andere von euch weiß jetzt anscheinend nicht so richtig, worüber ich rede. Ihr habt die letzte Folge euch vielleicht angeschaut. Letzte Folge gab es massive Tonprobleme. Anfangs war alles okay, Lautstärke war gut, aber im Laufe des Videos wurde ich immer leiser. Das habe ich erst gemerkt im Nachhinein. Da habe ich es aber schon gemerkt. Ich habe das Video kurz abgehört, kurz reingehört und habe gemerkt, da ist irgendwas schief gelaufen. Habe dann die Ursache gesucht und gefunden, war ganz simpel, die Batterie meines Mikrofons, die ging alle. Während der Aufnahme dieses Videos. Jetzt hatte ich Gott sei Dank eine Ersatzbatterie da. Ich nehme das jetzt quasi hintereinander auf, dieses erste Video und dieses Folgevideo hier. An einem Freitagabend nach Ladenschluss, Gott sei Dank, dass ich ein Strategiespieler bin und genau wie ihr gewohnt seid, Vorräte anzulegen, weitsichtig zu handeln und immer Ersatzbatterien im Drogeriemarkt meines Vertrauens zu kaufen und zu horten. Insofern kann es jetzt überhaupt hier mal nur weitergehen. Jetzt nochmal ganz im Ernst, ich erzähle das jetzt so lustig, aber das ist wirklich eine ganz ernsthafte Frage. Ich habe danach, stande ich vor zwei Alternativen. Alternative Nummer eins ist, ich nehme das Video ein zweites Mal auf und poste euch dieses zweite Video in einer guten Tonqualität. Nachteil bei der Sache, ich hätte euch total verarscht. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr ja, die Ereignisse haben sich überschlagen. Hier sind die Pyramiden entstanden. Wir haben das mit dem Heldenzeitalter gesichert. Wir werden in kürzem Mittelalter sein und haben es geschafft, auf den letzten Metern die benötigten Zeitarbeiterpunkte zu bekommen, um ein Heldenzeitalter zu starten. Es sind so viele gute Sachen sind stattgefunden und ich habe es so, ich habe es echt, ich habe es ja gefeiert während der Aufnahme. Der Gaul ist mit mir durchgegangen. Ich habe gejubelt. Ich habe, ihr habt es leider nicht gesehen. Ihr habt es nur vielleicht hören können. Ich habe wirklich meine Fäuste in die Luft gehoben und saß ja an meinem Schreibtischblick auf dem Monitor beide Arme nach oben gestreckt. Es sah völlig albern aus. Es gab Gott sei Dank keine Beobachter, aber ich habe es total gefeiert. Hätte ich jetzt die Folge nochmal aufgenommen, ich hätte das alles faken müssen, diese Emotionen. Weil ich wusste ja, was passiert. Ich hätte so diese Emotionen euch vorspielen müssen. Das ist ja fast schon ein vorgetäuschter Orgasm. Das wäre so peinlich gewesen. Oder die Alternative. Ich hätte das Programm ganz emotionslos abgespult. Aber wollt ihr das? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und deshalb habe ich mich für die Alternative entschieden. Ich lade ein Video hoch, von dem ich weiß, es ist technisch nicht sauber und stecke das weg. Dass es da den einen oder anderen Kommentar drunter gibt. Mensch WB, du bist doch sonst. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann es mir denken. Normalerweise ist das doch technisch alles okay bei dir. Was hast denn da verbockt? Wir haben dich alles in Kauf genommen, weil wir die bessere, die liebere Alternative. So, jetzt aber. In game. Was ist passiert? Unglaublich viel ist passiert. Wir schauen uns erst mal das Thema Forschung an. Technologiebaum öffnen. Wir haben im Augenblick keine Forschung eingestellt. und holen uns jetzt, wir wollen ja Richtung Industrialisierung und wir gehen dabei den Weg über die Kartografie. Wir haben den Bonus zweier Häfen und müssen daran denken, falls wir uns den Boost holen wollen für das Ra-Segel, müssen wir zwischendurch noch eine Einheit mit einem Musketier besiegen. Wie viele Musketiere haben wir im Augenblick? Einen. Der ist hier oben. Dann gibt es allerdings noch einen Krieger. Den können wir noch aufleveln. Den mache ich zu einem Musketier. Kostet 155 Gold. Da apropos. Aufrüsten von Einheiten. Das nächste, wo wir uns darum kümmern müssen, ist natürlich die Regierung, weil wir zeitgleich eine Ausrichtung auch erforscht haben. Passiert nicht allzu oft. So ein verrückter Zufall. Ich nehme die Karte hier raus, dass wir Einheiten preiswerter verbessern können. Ist jetzt nicht mehr nötig. Und packe stattdessen rein, dass wir defensive Gebäude, also Stadtmauern, dass wir die Preiswerte doppelt so schnell produzieren können. Wir haben fast überall schon Stadtmauern, haben kürzlich aber mittelalterliche Mauern erforscht. Und könnten die jetzt preiswerter upgraden. Handwerk haben wir im Augenblick ziemlich viele. Ich nehme mal diese Leibeigenschaftskarte, die uns zwei zusätzliche Aktionen nimmt. Die nehme ich erst mal raus. Die finde ich zwar ultra cool, das ist eine meiner absoluten Lieblingskarten. Aber wir machen mal für eine Zeit, wir nehmen hier die Landvermessung, dass wir Glendefelder preiswerter kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt benutzen werden. Aber wenn wir sie benutzen, dann freuen wir uns. Damit ist es total cool. Entschuldigt bitte, den Rest lassen wir wie es ist. Kennt ja schon von Anno dazumal. Übrigens noch im Programm hier die dunklen Zeitalterkarten. Die sind bald schon Geschichte. Jetzt müssen wir noch eine Ausrichtung wählen. Wo ich gerne hin möchte, das ist zum Humanismus hier. Und wisst ihr warum? Deswegen. Schaut mal hier. Touch mal high. Neues Weltwunder durch das Add-on Rise and Fall dazugekommen. Wenn man, also plus ein Zeitalterpunkt oder ein Zeitarbeiterpunkt, wie der gepflegte, kultivierte Silber zu sagen pflegt, plus ein Zeitarbeiterpunkt für jeden historischen Moment, den der Spieler nach Fertigstellung dieses Wunders verdient, sofern der Moment im Normalfall mindestens zwei Punkte wert ist. Das heißt, wenn er mindestens zwei wert ist, kriegt man einen draufgelegt. Teures Wunder, aber mit ein bisschen Glück, ich muss zugeben, es ist nicht ein bisschen, mit viel Glück, bekommen wir vielleicht über das Wunder ständig, weil wir ja in der Forschung auch weit, weit vorne liegen, ständig solche historischen Momente, ständig noch extra Punkte draufgelegt und können mit ein bisschen Glück und ein bisschen Geschick von einem goldenen Zeitalter zum nächsten surfen. Immer an der Spitze, immer oben auf der kulturellen Welle. Das wäre eine coole Geschichte. Also dahin und der Weg darüber führt über Gilden. Vorteil auch hier ein weiterer Gouverneurtitel. Wir können einen unserer sieben Gouverneure upgraden. Feindeswahl der Händler ist fertig, den werden wir sicher gleich einsetzen. Und ihr seht es jetzt schon, mittelalterliche Mauern sind ganz preiswert. In zwei Runden ist Magnus der Gouverneur hier. Das ist der Bodenbrecher. Wenn wir den eingesetzt haben, dann sind Rodungen effektiver, bringen doppelt so viel. Was wollen wir durch die Rodung beschleunigen und wollen wir das schon mal anbauen? Entschuldigt bitte. Naheliegend ist eine Universität anzuforschen, anzubauen schon mal. Ich denke, das machen wir auch. Das werden wir mit einer Rodung nicht komplett hinkriegen. Also das macht schon Sinn, damit schon mal anzufangen. Oder die Mauern halt zu bauen. Das ist auch eine Stadt im Osten, können wir auch machen. Aber ich setze mal auf die Universität, weil Plutzex-Forschung, wow, nehmen wir immer gerne mit. Orangenblüte. Hier ist die Produktion unglaublich gering. Das hat aber einen entscheidenden Grund. Grund, also plus 5,5 Produktion. Wir haben hier einen Fokus auf Nahrung, weil wir die Stadt erstmal hoch peitschen wollten. Von der Bevölkerungszahl her plus für 7,2. Das muss ja irgendwo herkommen und das kommt daher, weil wir halt die ganzen Weizenfelder hier bewirtschaften und zum Beispiel diese Minen hier ignorieren. Obwohl insbesondere die Eisenmine richtig, richtig viel bringt. Ich ziehe das noch mal ein bisschen länger durch hier. Aber setze schon mal bei der Stadtproduktion ein. Kornspeicher. Bibliothek. Bibliothek. Bringt am meisten. Ja, machen wir. Okay. Jetzt ziehen wir... Oh, wir kommen nicht weiter Richtung Osten. Doch, hier kommen wir hin. Unser Speer hier in dem Kontinent ganz im Osten. Da ist noch ein Kollege weiter oben. Der kommt hier komischerweise nicht durch. Ich weiß nicht warum. Kapiere ich gerade nicht. Das ist der neue Händler in Feindesfalle. Die Frage ist, welche... Also wir haben ja schon eine Handelsroute mit Wilhelmina. Der König der Niederlande. Müssen wir auch machen, sonst ist die sauer, wisst ihr ja schon. Ich würde gerne jetzt wieder eine Handelsroute, eine inländische machen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Eine führt im Augenblick von Keck an der Küste weg und boostet diese aufstrebende neue Stadt mit Nahrung und Produktion. Als nächstes würde ich gerne Orangenblüte boosten. Ihr könnt natürlich auch noch mal Keck an der Küste boosten, nur hier entsteht ja schon eine Straße über den Händler und Orangenblüte ist noch nicht angebunden durch eine Straße. Deshalb schicke ich den Händler mal dort oben hin. Hafen abgeschlossen. Nächster Schritt wäre eigentlich ein Leuchtturm, damit wir die Handelsroute abschließen können, aber das mit den Stadtmauern geht jetzt so fix. Also kommt. Dank der Politik-Karte. Jetzt machen wir folgendes. In zwei Runden können wir beginnen zu roden. Der hat nur noch zwei Slots. Den ziehe ich hier hin vor. Setze eine Runde aus. Den hier parke ich in der Stadt. Wir haben hier, glaube ich, in um die fünf Runden, ja genau, fünf Runden kommt das Feld automatisch dazu und es könnte sein, dass wir dann erst hier roden, dann dort roden und dann den Gouverneur wegschicken. So, und mit dem Handwerk hatten wir hier deshalb Peter-Vorkommen angeschlossen. Hier können wir eine Farm errichten. Direkt neben dem Sovon haben wir eine extra Nahrung. Hier bauen wir einen weiteren Bauernhof. Das hier hat, glaube ich, plus drei. Bauernhof auf einer Ebene, plus drei Nahrung. Im Augenblick. Jetzt plus vier. Rechts. Ach so, bevor wir hier einfach uns weiterklicken, wir haben 442 Glaubenspunkte. Das heißt, wir haben genug für einen Apostel. Er hat jetzt erstmal keine Bewegungspunkte, aber in der nächsten Runde können wir mit ihm unsere Religionen ausbauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Thema Religion. Wir haben die Allianzen ja gerade freigeschaltet. Wer mir tierisch auf den Senkel geht in Sachen Religion und euch sicher auch, das ist Poundmaker, der Anführer der Cree, der mit seinem doofen grünen, giftig grünen Konfuzianismus ja alles und zwar saut. Jetzt haben wir hier den Buddhismus schon gegründet. Zwei unserer Städte sind gerade mal buddhistisch. Das ist schon irgendwie sehr, sehr peinlich. Vielleicht kann man mit ihm eine Allianz abschließen, die das verhindert. Darf ich euch das kurz erklären? Weiß vielleicht nicht jeder von euch. Also Rise and Fall bringt ja dieses neue Spielfeature der Allianzen. Kompakt mal erklärt. Das funktioniert wie folgt. Man kann bis zu fünf Allianzen abschließen. Es gibt fünf Allianzentypen und von jedem Typ kann man genau einmal eine Allianz abschließen. Es gibt eine religiöse Allianz, eine militärische, eine kulturelle, eine Wirtschaftsallianz und irgendeine fünfte, die mir im Augenblick spontan gerade nicht einfällt. Was man machen kann, ist, man kann alle fünf Allianztypen mit einem Staat abschließen. Kann man natürlich machen. Man kann auch mit fünf verschiedenen Staaten jeweils eine andere Allianz abschließen. Was man nicht machen kann, ist eine Allianz zweimal abschließen. Also mit zwei Staaten jeweils eine Forschungsallianz. Das war's. Eine Forschungsallianz zum Beispiel machen. Also sowas geht nicht. Jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir uns mit allen Leuten gut verstehen. Und Kree, die Kree und vor allem die Poundmaker halt, der hat ja auch eine Agenda. Hier steht es. Eiserne Konföderationen versucht, zahlreiche Allianzen aufzubauen. Respektiert alle, die dies ebenfalls tun. Der müsste echt motiviert sein, mit uns eine Allianz abzuschließen. Aber die Allianzen tauchen hier unten noch nicht auf. Ich mutmaße mal, er hat sie noch nicht erforscht. Unsere Nachbar auf der anderen Seite, Wilhelmina, die Königin der Niederländer, die müsste eigentlich für uns einen Hofknicks machen. Denn unsere kindliche Kaiserin ist eine Kaiserin. Sie ist bloß eine Königin. Aber wir wollen mal nicht so. Ich glaube, das Tantchen ist auch älter als unsere Herrscherin Zondog. Hier geht das. Hier geht das mit den Allianzen. Das sind die fünf Allianzen, von denen ich eben geredet habe. Und jeder hat ihren eigenen Vorteil. Und je länger man eine Allianz hat, mit einer anderen Fraktion, die sammelt quasi Erfahrungspunkte, die Allianz. Und steigt dann automatisch von einem Rang auf zum nächsten. Und jeder neue Rang steigert die Vorteile nochmal. Drei Ränge gibt es insgesamt. Also die sollte man auch länger halten. Was sich hier, was aus meiner Sicht hier Sinn macht, das ist mit ihr eine Wirtschaftsallianz Wirtschaftsallianz oder eine kulturelle Allianz. Die religiöse will ich unbedingt mit den Kree haben, weil, ihr seht den Effekt, die Städte üben gegenseitig, wechselseitig keinen religiösen Druck aus. Das heißt, der Poundmaker kann uns mit seinem Konfuzianismus nicht mehr quälen. Und wir sagen im Gegensatz, ja, dann machen wir auch nichts Blödes mit dem Buddhismus, was wir sowieso noch nicht gemacht hatten. Also, die würde ich mir gerne reservieren für Poundmaker. Bei ihr, kulturelle Allianz, die liegt kulturell vorne in der Weltrangliste. Also, die produziert noch, ich glaube, noch ein bisschen mehr Kulturpunkte als wir. Also, Alternative, und ihr seht ja den Haupteffekt, man hat keinen Loyalitätsdruck wechselseitig. Das heißt, die Städte können nicht flippen. Jetzt haben wir da keine großen Probleme ihr gegenüber, aber andererseits, es ist doch beruhigend, mal eine lange Front Ruhe zu haben und sich um nichts kümmern zu müssen. Alternative Wirtschaftsallianz, also, ich gehe mal davon aus, wir werden immer eine Handelsroute mit ihr haben, dann kriegt man halt ein bisschen Gold draufgelegt. Aber, mei, brauchen wir das, wir schwimmen in den Gold, brauchen wir nicht. Militärallianz, das ist, würde ich mir gerne mal, das können wir auch mit anderen machen, Forschungsallianz macht gar keinen Sinn, wir liegen forschungsmäßig. Sowas von vorne. Niemand erzeugt auch nur ansatzweise so viele Forschungspunkte wie wir, also, das ist Quatsch. Ich versuche mal eine kulturelle Allianz. Ja, würde Tantchen gerne machen. Ich versuche mal ein bisschen mehr von ihr herauszubekommen. Bei den Gütern, bei den Ressourcen, das haben wir alles. Bernstein haben wir nicht, doch Bernstein bekommen wir von den Mongolen. Wir haben einen Deal mit den Mongolen. Brauchen wir also nicht. Ich gucke mal, ob wir was Gold raushalten. Ah, das geht doch. Einmalig 12, winkt Wilhelmina lässig und 30 Runden lang Nummer 1. Das heißt, wir hätten 42 Gold und wir, ja, das machen wir, komm. Wilhelmina, werte Wilhelmina, vielen lieben Dank. Ja, ein besseres Angebot kam nicht rein, da hat das Tantchen recht. Okay, alles gut, alles upi. Habe ich supi gerade gesagt, wie peinlich. Einen Boost noch, eine Inspiration durch unsere Allianz. Leider dadurch keine Zeitarbeiterpunkte. Das wäre umso schöner gewesen. Wir checken mal rechts alle Sachen hier. Das haben wir uns gerade angeguckt. Diverse Bus und Boni, irgendwo hat irgendein Stadtstadt hat Genghis Khan und den Mongolen den Krieg erklärt. Kann ja mal passieren. Und Wilhelmina hat ein Weltwunder abgeschlossen. Soll sie doch, darf sie doch, alles okay. Wir sind in Runde 137. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist gerade, in ein Handelsabkommen mit den Poundmakern ausgelaufen. Und zwar das Handelsabkommen, und zwar das Handelsabkommen, wo wir denen Marmor verscheuert hatten und die haben uns im Gegenzug irgendwas, irgendwas vertickt. Ich gucke mal kurz in die Stadtberichte rein. Bei den Ressourcen Marmor, wir haben zwei Marmor vorkommen. Stimmt, wir haben eins zu viel. Wir können eins weghandeln. Eins weghandeln wir schon, exportieren wir schon Richtung Sulu und Richtung Shaka. Mal gucken, was wir da, was wir uns da holen können. Lieber, lieber Poundmaker, sollen wir was, ein bisschen dealen. Was meinst du? Wie sieht's aus mit ein bisschen Marmor? Was? Er wird das als Geschenk annehmen, natürlich, klar. Ja, das kann ich nachempfinden. Wie sieht's denn damit aus? Was? Jetzt sollen wir noch Gold drauflegen, damit er bereit ist, das Geschenk... Geschenk... Was ist dem denn? Was ist denn mit dem los? Haben wir vielleicht zu viel verlangt? Vielleicht liegt das daran, dass er so wenig Gold im Augenblick hat, dass er deshalb so geizig ist. Also, das können wir knicken. Okay, dann verscheuern wir den Marmor an jemand anders. Nö, also, vergesst es. Lieber, werter Poundmaker, dann halt nicht. Alles klar. Also, das ist hier, ich lasse mich da nicht verhöhne piepeln von dem jungen Mann. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Oben jetzt eine Flagge hier bei Wilhelmina, Kulturell Allianz, Stufe 1. Wir können einen Gesandten schicken. Oben seht ihr, wir haben gerade die 150-Punkte-Grenze überschritten und deshalb Gesandte bekommen. Und die schicken wir, das ist glasklar, die schicken wir nach Riedung, Toronto. Wir wollen ja unbedingt in Toronto Suzeren werden, weil die so einen verdammt coolen Suzeren-Bonus haben. Wenn wir den erstmal haben, dann können wir nämlich mit dem Industriegebiet und der Fabrik in unserer Hauptstadt alle unsere Städte, alle unsere Städte mit plus drei Produktion versorgen. Ein Gesandter fehlt noch für Toronto. den Apostel können wir upgraden, das ist das Thema Religionsverbesserung, das gucken wir uns nachher an. Händler in Orangenblüte, genau. Das meiste, gelbe Richtung, frischer Fluss, plus drei Nahrung, plus drei Produktion, Konfuzetianismus, naja, ist nicht hübsch, nehmen wir in Kauf. Dann wird die Straße genau hier entstehen. Alternative wäre eine Straße hier zu bauen, Richtung lieblicher Luxus. Bringt aber von allem weniger und heilige Höhen, wir könnten die noch weiter runter schicken. Ach, dann wird eine Straße hier entstehen, schaut mal, da haben wir im Augenblick noch keine. Richtung heilige Höhen runter, das wäre eine Alternative. Wir würden auch auf was verzichten, aber wir hätten endlich eine Straßenverbindung hier zu heiligen Höhen. Die wären endlich per Straße gescheit angeschlossen. Zehn, das heißt mit, das sollten genau einmal hin, einmal zurück sein. Nannelsroute dauert 20 Runden. Wir würden halt auf zwei Produktionen verzichten, würden aber Buddhismus erhalten, aus eiligen Höhen extra, während wir aus leblichem Luxus nur diesen, oder aus Frischofschluss nur diesen dämlichen Konfuzetianismus bekommen würden. ich, ja, wir machen das mal, wir machen das. Dann haben wir nämlich mehr Straßen, und mehr Straßen ist potenziell auch immer mehr Sicherheit, weil man Einheiten gescheit bewegen kann. Na, komm, Leute. hier kommen wir gleich nicht weiter, das ist Shaka, das ist Shaka und sein Reich, der Sulu. So, mit dem versuchen ein Deal. Mal gucken, ob wir mit dem eine Allianz abschließen können, weil in der Allianz sind offene Grenzen auch immer mit enthalten. Shaka liegt ja so ein bisschen entlegen hier auf diesem Kontinent, als in seinem eigenen Kontinent, der alte Afrikaner. Mit ihm können wir Allianzen aushandeln. Er hat mit niemandem Krieg, er kann sich keine Abenteuer reinlocken. Mit ihm die Militärallianz. Wie stark, er ist sicher stark, einen Kampfstärke Bonus bekommen wir potenziell dadurch. Wir gehen mal in die Weltrangliste. Genghis Khan ist verdammt stark. Dahinter kommt schon die Sulu. Schaut euch das mal an. Das wären quasi unsere neuen Bodyguards. Das kann nicht schaden. Wenn wir stattdessen halt mit der anderen starken oder der stärksten Fraktion ein Militärbündnis hätten, mit den Mongolen, die würden uns in irgendwelche Abenteuer mit den Mapuche reinziehen potenziell oder vielleicht Willi angreifen oder Poundmaker oder wen auch immer. Ich habe keine Lust hier zum Abenteurer. Wir machen das, Leute. Wir machen das. Wir quatschen noch mal mit Chaka. Wir handeln mit ihm eine Militärallianz. Entschuldigt bitte, das war jetzt hier. Wir handeln mit ihm eine Militärallianz aus. Mal gucken, ob er es macht. Er wird es machen. Legt er noch was drauf? Haben wir Kakao? Ja, bekommen wir von ihm bereits. Haben wir Tee? Ja, bekommen wir auch schon von ihm. Das wird er uns nicht geben. Alles okay. Dann guckt, ich frage mal ganz, ganz dumm. 30 Gold legt er drauf. Das ist ja ein Ding. Obwohl er viel stärker ist als wir, legt er noch 30 Gold. Das kann nur deshalb sein, weil wir so beliebt sind. Wir Koreaner sind everybody's darling. deshalb legt er uns Gold in den Schoß. Tschüss. Cool. Schon haben wir zwei Allianzen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt gucke ich mal, ob das stimmt, was ich eben behauptet hatte. Das nehme ich jetzt offene, ja, jetzt haben wir offene Grenzen. Die sind immer in den Allianzen mittleren enthalten. Sehr, sehr schön. Ja, und jetzt haben wir mit dem Platz. Na toll. Der kann jetzt auch der zweite Speer hier runter und kann ebenfalls die offenen Grenzen nutzen. Und in einer Runde ist Magnus lahm. Dann können wir hier roden. Der hat noch zwei Aktionen, noch eine Farm. Ja, jetzt geht es nun um das Thema Religion verbessern. Zwei Glaubenssätze können wir noch hinzufügen. Wir haben bereits die Zen-Meditation bei unserem Buddhismus. Den hätten wir auch Bullismus nennen können, finde ich. Aber wir haben ihn jetzt mal Buddhismus genannt. Stupas können wir bauen, könnten wir bauen, haben wir nicht allzu viele von. Und den Bonus, der erste Bezirk überhaupt in einer neu gegründeten Stadt, der geht schneller. Zwei Glaubenssätze frei hier. Zwei Apostel brauchen wir und jeweils, glaube ich, ich glaube zwei, für jeden Glaubenssatz einen oder reicht einer für zwei, gucken wir. Das kriegen wir alles raus zu Beginn der nächsten Folge. Dann wollen wir diesen Apostel befördern, sodass er unsere Religion befördert. Und dann hoffe ich mal, dass wir in eine glorreiche Zukunft befördert werden, ihr und ich. Und ich hoffe, das ist meine letzte Hoffnung für diese Folge, dass ihr diesmal mit der Tonqualität einverstanden wart. Alles okay? Alles gut? Alles gut? Vielen Dank.